Ob du tot bist? Ja, 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 ja Scheiße Ich bin im Prinzip die Treppe hoch, runter, hoch, runter gerannt, ey Wenn ich nur wüsste, wo ich bin Ich weiß es Ah, ich hab's, ich glaube ich hab's Da steht einer, glaube ich, oder? Oh, ich sehe keinen Oh, ist auf dem Müllsack Oh, den hast du gut getroffen Das ist ein Spieler Herrlich? Der redet Oh, hier ist schon einer drinnen. Tod? Nee, nicht in dem aufgebrochenen. In dem anderen. Ob du tot bist? Ja, ja, ja. Scheiße. Alter, bitte. Ist Gev-Spieler. Dicke Muni? Weiß ich nicht. Das steht hier. Ach, Mann, ey. Ich war gerade am looten. Da habe ich den Rennen hören und da wollte ich wegklicken. Und dann habe ich daneben geklickt. Ach, dann habe ich es endlich geschafft. Dann wollte ich runterrennen. Dann renne ich da hoch und ach, ich bin überall hängen geblieben, ey. So, Alter, ey. Ich bin im Prinzip die Treppe hoch, runter, hoch, runter gerannt, ey. Wenn ich nur wüsste, wo ich bin. Lass ja verschießen, wenn du wüsst. Nee, du bist verrückt. Ich will Korki's MP mit rausbringen. Kann ich auch kaufen, die Dreckswaffe. Kostet doch nichts. Ey, Bruder, musst du ja Secure bitte mit rauskriegen. Ja, es ist besser als Infektion wieder tausendmal zu sterben. Ich kann jetzt aber gucken, wie teuer die ist beim Jäger. Wie teuer ist der? 133. Oh, ich war eigentlich mal so billig. 23.000. Soll ich sie dir jetzt mitbringen? Glaube ich. Guck mal. Ey, drei Stacks stehen ja bei mir oben, aber. Ja, ich kann jetzt nicht mehr so billig. Ich glaube, das ist da, wo die langen Rohre stehen. Okay. Ja, dort, wo wir jetzt immer rausgegangen sind, Matze. Ja, aber... Ich weiß es. Ah, ich glaube, ich habe... Ja, ich habe es. Ich bin draußen. Oh je. Ja. Hier, sonst bist du immer pünktlich da. Ja, es tut mir leid, meine Frau hat mir aufhalten. Oh ja. Aber hat ja gerade erst angefangen. Bitte. Hat gerade angefangen, ey. Ich habe das doch gesehen. Nee, hier hast du nämlich 50 Minuten Zeit auf Wutz. Ja, ja. 40, 40. Ja. Pass auf, da vorne können direkt wieder welche sein, ne? Ich habe Angst, erschossen zu werden. Ja, du auch. Wollen wir mal hoffen, dass jetzt viele Skeps bohren hier. Tja, das wäre schön. Jedes Mal, wenn ich hier bin, drei Skeps, wenn ich keine Skeps brauche, ist ja alles voll von den Dreckvieh. Ja, ich weiß, echt schlimm. Ah, ah. Ah, ja. Unterschützig. Auch Unterschützig. So. Da steht einer, glaube ich, oder? Oh, ich sehe keinen. Oh, ist auf dem Müllsack. Oh, nee, er wird geschossen. Ja, ich bin tot. Ach, das kann doch gar nicht wahr sein, ey. Ja, komm. Ey, da habe ich mir zockt mehr drauf, ey. Nein, ich zockt die Boden auf das andere, sorry. Aber ich habe noch viel Spaß. Hä? Ja, ich kann die Granaten nicht mehr werfen. Ich werf die dann direkt nach vor meinem Flischen. Kommst du mit? Oh, den hast du gut getroffen. Einer ist noch hier, glaube ich. Ne. Was habe ich denn an dir gehört? Ey, ich kann keine Granaten. Der wirft die immer direkt bei mir vor der Füße. Ja, der ist doch jetzt ein bisschen angepisst, dass er gestorben ist. Mhm. Na ja, solche Tage gibt es halt. Ich bin ja auch manchmal so dann angepisst. Oh, kein Poffener. Ja, der hat doch gerade bei Zeugländer hat da auch die Mission mitgenommen. Der musste ja nur dahin kommen oder sowas. Unwiderstand. Dreck, aber mit Bonn-Shot einfach. Ach so. Oh, der ist auch wieder. Wieder. Oder Skips. Ich hab hier aber ehrlich gesagt noch nie Skips gesehen. Das war ein Viertel. Wie viele Viertel musst du denn hier töten? Hier? Ja. Keinen. Hattest du nicht gesagt, du musst hier auch töten? Ne, ich muss 60 Magazine finden. Ah, das war das genau. Das ist ein Spieler. Ehrlich? Der redet. Der redet. Glaube. Hast du geschossen? Wer schießt hier noch? Hinter uns. Wo bist du? Ich schieße. Ich hocke hier am Tisch. Man kann hier ja nicht markieren, Mann. Wo bist du denn genau? Ich bin jetzt bei dem Felsen hier. Okay, dann. Ich bin bei dir. Felsen gerade drüber? Ja, ich seh dich. Okay. Hier oben. Errichtung. Zwölf Uhr war einer. Giff tot? Hast du den ersch... Hatte... Nö, ich weiß nicht, ob ich den erschossen? Vielleicht hast du den auch angeschossen, der ist verblutet? Ah, das kann sein, weil seine Waffen und so alles hier ist. Hast du den mal getroffen? Eigentlich glaube ich nicht, aber ich habe auch durch einen Baum geschossen. Also vielleicht kann es sein, dass ich ihn da getroffen habe. Weil die verreckt manchmal auch später, wenn sie verbluten. Aha. Okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Dort oben stehen manchmal Scharfschützen. Hier unten hocken manchmal welche. Immer ein bisschen zickzack mit dem Kopf. Oh, da sind welche. Oh. Aber es gibt ihn, das. Ach, da unten beim Trecker. Ja. Wo bist du? Mir pischst du. Meiner ist tot. Ich geh weiter. Alter, hat er erstmal eine Granate oder war das... Ne. Stuttücher, ne? Ich weiß nicht, er hat sich für mich an, ja wie eine Granate. Ja. Der ist nicht tot. Und repariert besser dein Bein. Da liegt der Motte. Oh Mann. Da war noch einer gewesen. Kacke. Das ist so. Wir kommen mit vão nach. Ja. Ja. Ja.